Ja, Freiheit. Also wenn ich auf so einem wunderschönen Berg in einem wunderschönen Alpengebirge oder so etwas stehe und da oben auf dem Berg diese wunderbare Sicht habe auf die Welt unter mir, dann erlebe ich Freiheit. Das ist einfach großartig, diese Natur so zu erleben und so, das ist einfach fantastisch. Und dann ist diese ganze Geschichte vom Alltag, womit man sich alles rumquälen muss, das ist ganz tief unten im Tal. Das nimmt man irgendwie gar nicht so richtig mit, wenn man auf so einen Berg steigt. Und das tut so richtig gut, diesen Abstand zu haben. Und dann sind diese ganzen Sachen da unten im Tal, ach, in der Gemeinde ist es ja auch nicht immer so toll. Da hat man auch nicht immer so die Freiheit der Kinder Gottes. Also in der Gemeinde gibt es ja auch schon manchmal ganz schön viel einengendes Gedöns, wo die Leute sich dann gegenseitig die Köppe einhauen um irgendwelche Fragen und man denkt so, na, wo ist da jetzt eigentlich die Freiheit der Kinder Gottes? Wenn ich da auf so einem Berg stehe, dann ist das da ganz weit unten und dann kann ich da mal so Abstand von haben. Oder die ganzen großen Fragen unserer Zeit, Klimawandel oder die Gesellschaft, wie es uns geht hier gerade, so dass die Atmosphäre rauer wird und dass wir mit Aggressionen an verschiedenen Stellen zu tun haben und so weiter. Das ist richtig gut, wenn man da mal so ein bisschen Abstand von hat, wenn das alles mal so ein bisschen weiter weg ist oder die Probleme, die es zu Hause gibt, wo man dann eben irgendwelche Konflikte aushalten muss, wo man miteinander verhandeln muss, wo man ja eigentlich nach Hause kommt und dann möchte man die Füße hochlegen, aber dann ist eben die Eingebundenheit dort in dem Programm, was da so läuft, dann auch eben so, dass das eben auch so, manchmal möchte man davon frei sein. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, solche Berge zu erklimmen und dann diese Freiheit irgendwie von diesen Sachen, die da unten im Tal liegen, irgendwie zu gewinnen. Ich möchte über zwei solche Berge sprechen, die man dafür nehmen kann und weil ich Berge schlecht mitbringen konnte, haben wir hier so zwei Leitern und die stehen jetzt einfach so für solche Orte, wo wir draufsteigen können, um so ein bisschen Abstand zu gewinnen von diesem ganzen Murks, mit dem wir eben so zu tun haben und wo wir uns wirklich nicht so richtig frei, sondern eher geängstet oder bedroht fühlen, eingeschränkt im Leben. Ja, und dann ist hier mal so der erste Berg, der heißt die Online-Freiheit. Also es gibt viele andere, ich spreche heute nur so über zwei, die Online-Freiheit. Ja, das ist doch mal so richtig attraktiv, wenn man dann so nach Hause kommt und dann eben hier so mal checkt, was so alles ist. Super. Und hier, da gibt es gleich schon wieder diese Hunde-Videos und so. Woher weiß Instagram das eigentlich? Also super, ich liebe Dackel. Ja, und dann hier immer diese Dackel-Videos und so. Das ist total klasse, was die so alles für Gedöns machen und so. Ich bin begeistert. Und hier macht wieder einer einen Heli-Loop und dann so einen Down-Loop und landet das ganze Ding noch. Also super. Und ich tauche so ein in diese, oh, und hier, sportliche Frauen, auch gut. Also richtig tolle Welt hier. Online-Welt, richtig super. Und ich finde, das ist wirklich etwas, womit man Abstand gewinnen kann. Und das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Das ist ja alles so gemacht, dass bei mir das Dopamin ausgeschüttet wird. Und das fließt. Das macht glücklich. Und ich poste ja auch im Internet. Also ich mag das. Und das ist immer richtig nett, wenn es dann so mal Likes gibt und so weiter. Hier der Lars, der hat super Fotos von uns am Sonntag gemacht. Und da gibt es jetzt schon 34 Likes heute Morgen schon. Von gestern Abend auf heute. Super. Ja, also das ist schon eine nette Sache. Dopamin läuft bei mir. Also ist schon auch echt ein Stück Abstandgewinn. Und es geht mir ganz gut hier so in dieser Welt. Das ist richtig schön. Ja, wenn es mir schon so geht, wie ist es dann erst mit der Generation Y, Z, Alpha? Alpha, habe ich jetzt gehört, Alpha ist neun Stunden am Tag online. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann es nicht glauben. Die sind nur noch sieben Stunden in der Realität. Und neun Stunden sind die online. Und wenn das so ist, dass man so viel online ist, dann macht das was mit der Wirklichkeit. Wir haben hier so ein Foto von Paris, wo die Leute Silvester feiern. Und wenn man genau hinguckt, hier unten ist alles voller Handys. Die gucken, die nehmen die Wirklichkeit so wahr. Ja, also das ist eigentlich so. Also die Online-Welt verschmilzt mit der Wirklichen Welt. Das ist ja noch viel stärker so, wenn wir, Dankeschön, wenn wir so eine VR-Brille haben. Ja, dann gibt es ja auch diese Videos, wo die Leute dann gegen die Wand rennen. Die Wirkliche Welt ist dann schwierig. Und die Realität ist die Wand, gegen die du läufst, wenn du einer Illusion aufgesessen bist. Also das Problem hier ist, dass diese Online-Welt, ja, die macht schon auch ein Stück Freiheit. Und das ist auch ganz schön. Und ich lache nachher auch noch was Positives über diese Welt. Die habe ich ja auch eben schon. Aber sie hat auch das Problem, wenn wir da so eintauchen, dass sie unsere Welt hier in diesem Leben bestimmt. Kannst du das nächste Foto nochmal machen, bitte? Das ist, kennt ihr das von Söder und seiner Tochter? Das linke Bild hat Söder gepostet an dem Tag. Und das rechte hat sie gepostet. Sie hat es ein bisschen bearbeitet. Das ist der Super-GAU. Ja, also sie hat ihr Bild, was sie gepostet hat, halt ein bisschen aufgehübscht von sich. Und ihn nicht, nee. Das reicht ja so. Aber, also ich meine, das ist natürlich, das zeigt, wie sehr diese Welt, Dankeschön, wie sehr diese Welt die wahre Welt beeinflusst. Und wie sehr Snapchat-Dysmorphia heißt das, wenn die Leute hingehen zum Schönheitschirurgen und sich ihr bearbeitetes Bild aus ihrer Online-Welt mitnehmen in die wirkliche Welt und sagen, so soll ich, so möchte ich werden. Und das Ganze wird natürlich auf die Dauer schwierig und diese Welt hier, die hat eben da wirklich so ihre Probleme dann auch. Was machst du denn, wenn du jetzt das Ding weglegst? Dann bist du eben wieder allein. Dann bist du einsam. Und was machst du dann? Dann nimmst du es wieder her und guckst wieder noch, was noch Neues ist. Vielleicht wir nicht so dolle, vielleicht die in der unteren Generation noch mehr, aber ich kenne das auch alles. Ja, das ist ja nicht so, dass es dann nur so bei denen so ist. Und ja, vielleicht ist es bei Männern hier diese Welt auch nochmal stärker, dass man zu viel rumdaddelt oder sowas. Das ist auch möglich. Und wenn wir posten, dann ist eben diese Welt eben auch eine, die überhaupt nicht so schön und strahlend ist wie die Bilder, die wir immer machen müssen, sondern das ist eben ein Druck, der da auch entsteht. Also diese Welt der Freiheit online ist eine, die mich eigentlich auch ganz schnell wieder knechtet. Weil ich muss ja beim nächsten Post muss ich am besten 40 Likes kriegen und so weiter. Also das ist nicht so ganz ohne, diese Welt. Diese Online-Welt lässt oft ein Leer zurück. Und die Sehnsüchte, die wir wirklich haben im Leben, also die Sehnsüchte nach Anerkennung, nach Liebe, nach Freundschaft, nach gemeinsam was wuppen, die Sehnsüchte nach verlässlichen Beziehungen, die gibt es eigentlich wenig in dieser Welt. Ich möchte über eine zweite Möglichkeit sprechen, dass man ein bisschen Abstand gewinnt. Von dem, wo man sagt, boah, das knechtet mich ganz schön, ich möchte mehr Freiheit haben. Und diese zweite Möglichkeit, die heißt Real-Life-Freiheit, die Freiheit für das wahre Leben. Und die hat vier Stützen, die sind mir sehr wertvoll. Die erste Stütze heißt, lieber Mann, du bist mein geliebter Sohn, dein himmlischer Vater. Das ist die Zusage, die uns der himmlische Vater macht. Du bist mein geliebter Sohn. Und das ist so viel wert, weil es so viele Dinge gibt, wo wir leisten müssen, wo wir erst zeigen müssen, dass wir wer sind und so weiter. Wir haben das schon gehört, aber sich darauf zu stellen, dass wirklich dem himmlischen Vater zu glauben, dass ich wirklich sein geliebter Sohn bin, so wie ich bin, das ist schon richtig stark. Und das kann mir eine ganz schöne große Menge von Freiheit geben, wenn ich zum Beispiel sehr wohl hier in diesem Bereich tätig bin. Und irgendwie, ich merke, man kann das ja auch hier mit rübernehmen, das ist ja möglich und irgendwie was poste oder damit arbeite oder sowas, aber ich bin da nicht, ich muss meine Freiheit von den Schwierigkeiten nicht dadurch gewinnen, dass ich ja in so eine Welt eintauche, die irgendwo auch eine Scheinwelt ist, sondern ich kann mich darauf stützen und dann schon diese Welt hier auch nutzen. Die zweite Stütze, die mir kostbar ist, das ist, dass Gott sagt, lieber Mann, ich halte dir den Rücken frei und auch an den dunklen Tagen deines Lebens und auch für die dunklen Seiten, für deine dunklen Seiten bin ich gestorben und auferstanden. Ich stehe zu dir. Das ist wirklich wahr, dass Jesus Christus zu uns steht. Und das bedeutet eben auch an den Stellen, wo ich mich eben schäme, wo mein Leben nicht so gelaufen ist, wie ich das immer gedacht habe, an Stellen, wo mir Sachen passieren, wo ich immer gedacht hätte, das wird mir als Christ nie passieren. Bin ich sein geliebter Sohn und kann darauf bauen, dass Christus tatsächlich auch dafür gestorben und auferstanden ist und hinter mir steht und mir den Rücken frei hält. Den Rücken frei hält vor diesen Geschichten, dass ich mich selbst irgendwie verdamme, dass ich von anderen verdammt werde, dass ich nicht irgendwas erfülle. Das ist eine Stütze, die tut gut. Und so geht das weiter. Ihr könnt euch vorstellen, jetzt kommt der Geist Gottes. Lieber Mann, sagt Gottes Geist, ich gebe dir Halt. Ich gebe dir Trost und Kraft, deine Freiheit auszuprobieren. Dein Heiliger Geist, der wohnt in uns und gestern ist eine nahe Verwandte gestorben und deren Zwillingsschwester leidet jetzt besonders. Zwillinge, das ist immer so etwas ganz Besonderes. Und da den Trost zu haben, ja, wir können sie dem himmlischen Vater anvertrauen und auch dieser Geist Gottes ist jetzt da. Das bedeutet, da ist schon im Tal die Trauer und so weiter. Das ist alles da und auch die Frage, wie soll das weitergehen. Aber ich kann ein bisschen Abstand gewinnen, weil ich mich darauf stellen kann, dass der Geist Gottes mit seinem Trost da ist. Und die vierte Stütze, die fasst das eigentlich nur zusammen, das ist, dass Gott sagt, lieber Mann, ich, der dreieinige Gott, habe dich für die Wirklichkeit ausgestattet. Du hast es drauf. Das ist mal eine Leiter mit guten Stützen, eine Möglichkeit, mich darauf zu stellen, dass Gott mir wirklich zutraut, dass ich hier in der Wirklichkeit mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die im Tal sind, durchaus, wenn ich diesen Abstand gewinne und mich auf diese Leiter stelle, auf diese Stützen, die Möglichkeit bekomme, da auch wirklich zu handeln. Und die Frage ist, wo sind diese Orte, wo ich mich auf diese Leiter stelle? Ist das, wenn ihr Autofahrt und irgendwelche Lieder hört, die euch daran erinnern, ja, ich bin ein Sohn vom Höchsten. Ist das, wenn ihr in Gottesdienste geht und euch sagen lasst, ja, wirklich, du kannst mit freiem Rücken weitergehen, weil mein Sohn steht hinter dir? Oder ist es, in anderen Umgebungen, ist es, wenn ihr in der Natur seid, dass ihr da so einen Abstand gewinnt und euch daran erinnert, wer eigentlich der lebendige Gott ist? Aber diese Orte, wo wir da eben auftanken, wo wir uns daran erinnern, dass wir auf Gott stehen und auf dem, was er für uns tut, die sind halt wichtig, dass wir die haben, wo wir Gottes Wort lesen, wo vielleicht mit Hörspiel, mit Hörbuch oder wie auch immer, dass wir Zugang finden zu seinem Wort, dass wir durch dieses Wort Abstand finden von diesem Wahnsinn, wo wir merken, so frei fühlen wir uns gar nicht in diesem Leben, weil die Anforderungen des Lebens wirklich groß sind und einen Angst machen. Paulus zum Beispiel schreibt hier, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ja, das ist mal so richtig gut. Und der Titel von dem Abend hier heute heißt, Gott lädt ein zu umfassender Freiheit. Ich muss sagen, das tut er, das glaube ich, aber das gibt es eigentlich erst im Himmel. Also in meinem Glauben merke ich, diese umfassende Freiheit habe ich jetzt noch nicht und darunter leide ich manchmal ganz schön, dass ich eben merke, boah, dieses ganze Gedöns hier unten im Tal, der Tränen, wo ich eben keine Freiheit lebe, sondern so viel Druck und so viele Schwierigkeiten. Ich wünsche mir mehr Himmel und dann komme ich zu ihm und klage ihm das und ja, wenn es gut läuft, dann stelle ich mich da wieder drauf, wer ich eigentlich mit ihm bin und dass ich mit ihm tatsächlich die Möglichkeit habe, in diesem Ringen, in diesem Leben auch tatsächlich weitere Schritte zu machen. Und Paulus sagt eben auch, nicht nur jetzt zur Freiheit hat euch Christus befreit, alles easy, sondern jetzt steht auch fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Knechtschaft, was weiß ich, damit, dass ich in der Online-Welt besonders gut performe oder irgendwelche anderen Knechtschaften. und dann sagt Paulus, die Frucht des Geistes, darauf stehe ich, die Frucht des Geistes ist Liebe und ich merke, auf dieser Leiter stehend, da kommt man tatsächlich an Früchte dran, wo man ohne diese Leiter nicht so gut drankommt. Also das ist wirklich eine Hilfe, dass ich diese Frucht ernten kann, dass die in mir heranwächst, weil tatsächlich Gott was in mir verändert, weil ich darauf fuße, weil auf das, was Gott für mich tut, wie er für mich ist, tatsächlich in meinem Leben auch etwas verändert wird. Liebe, das ist ja nicht die romantische Liebe, sondern das ist die Feuerwehrmann-Liebe, also der, der reingeht in den Brand, wenn die anderen rauskommen. Also die Liebe, die wirklich tätig ist, die sich reinhängt für den anderen, so wie Christus, darauf stehe ich, sich für mich reingehängt hat. Und solche Früchte können wachsen, wenn ich auf diesem Berg von Freiheit stehe. Ich will, der Paulus zählt noch zig auf, da kann man noch lange drüber sprechen, Geduld, sagt er noch. Hier die Geduldsfrucht. Die ist für mich, Geduld ist ja so meine ganz große Stärke und was ich besonders ätzend finde, ist, dass ich eben auch, wenn ich irgendwo, wenn es nicht so schnell geht, wie ich möchte, dann kriege ich richtig Druck und dann werde ich wütend und dann fange ich auch an zu fluchen. Ja, das ist so blöd, das will ich so überhaupt nicht und ich finde das so mies. Und wenn ich in diesen Druck komme, dann hilft mir gerade genau das, dass ich sage, jetzt liebt er dich wieder. Das ist tatsächlich für mich gerade so eine Hilfe. Jetzt liebt er dich wieder, weil dann merke ich, was mache ich hier für ein Quatsch und so weiter. Auf diesem Berg kann etwas wachsen von der Frucht, die Gottes Geist schenkt im Leben. Wir können eine Möglichkeit bekommen, wenn wir uns hier draufstellen, tatsächlich Abstand von so manchem zu bekommen, wo wir echt Angst vorhaben, wo wir uns unfrei fühlen und etwas von der Freiheit der Kinder Gottes tatsächlich umsetzen. In diesen Bereichen, wo wir im Beruf tätig sind, wo wir in Partnerschaften, in Familien, wo wir mit Menschen in Kontakt sind, im Supermarkt, das ist möglich, weil Gott derjenige ist, auf dem wir stehen. Wenn ich schon mal gerade so hier oben bin, die Freiheit der Kinder Gottes, die ist wirklich groß. Wenn man sich so vorstellt, dass das unser Leben ist, da ist es was Wunderbares, dass Gott uns auffängt. Beim Stehen auf den vier Füßen, die Gottes Zuwendung für uns bedeuten, in der Achterbahnfahrt unseres Lebens immer wieder vorkommt, dass Gott uns eben wirklich auffängt. Da ist was dran, dass wir merken, er stellt unsere Füße auf weiten Raum. Das ist wirklich stark, dass wir in allen Bereichen unseres Hauses, unseres Lebens, wo wir auch sind, erleben, dass sein Kreuz uns auffängt. Und das ist einfach was Wunderschönes, dass es eben auch eine Freiheit zum Spielen gibt, eine Freiheit zum Leben, zum Ausprobieren und verrückte Sachen zu machen. Und in dieser Weise möge Gott uns segnen, dass wir ein Segen sind an den Stellen, wo wir unsere Freiheit ausleben. Amen.